Allein schon weil eure Socks und so da oben stehen, dann macht er denen glaube ich nicht genug Damage. Vielleicht ein einziger Damage aus, man machen muss auf jeden. Ja, den musst du erstmal machen. Jetzt wenn ich... Was war das denn? Die Devs hat er immer mega fair gezogen. Ach du Scheiße, ja man! Dieser Typ, ich feiere ihn, Alter. Ich feiere ihn. Ja, jetzt hat... Hä, guck mal wo der Facebook ist. Er sitzt doch einfach in der Map oder so. Also in der... What the fuck? Nee, hat er nicht gewonnen. Doch! Yo! Alter! Ich liebe diesen Typen! Kagome! Beste! Bester Mann ever!